Polizeiberichte Berlin 20. Februar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht mutmaßlicher Sexualstraftäter gesucht. Nummer 0238 Um einen mutmaßlichen Sexualstraftäter identifizieren zu können, veröffentlicht die Polizei Berlin ein aus einer Überwachungskamera gewonnenes Foto und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am Montag, den 26. September 2022, gegen 13 Uhr, einem Kind im Bereich des Bahnsteiges des U-Bahnhofes Gärten der Welt Kienberg ein Video mit pornografischem Inhalt auf seinem Smartphone gezeigt zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer kann Angaben zur Identität und oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen? Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Kiesstraße 30 in 10787 Berlin Tiergarten unter der Rufnummer 030 4664 und Nummer 8211 913 555 oder per E-Mail an lka135 at polizei.berlin.de entgegen. Ebenso kann jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden. Bericht, 20-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt Nummer 0239 In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 wegen eines versuchten Raubes nach Johannistal alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger Heranwachsender gegen 0.40 Uhr in Begleitung seines 22-jährigen Bekannten in der Hagedornstraße unterwegs gewesen sein, als sie von drei unbekannten Tatverdächtigen angesprochen wurden. Da der 22-Jährige sich durch die Situation bedroht fühlte, flüchtete er, um Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit wurde sein Bekannter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Geldbörse genötigt. Als er ebenfalls versuchte davon zu laufen, holten die Tatverdächtigen ihn nach wenigen Metern ein, schlugen ihn und fügten ihm einen Messerstich in den Oberschenkel zu. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost. Bericht, Bewohnerin nach Feuer in Mehrfamilienhaus verstorben. Gemeinsame Meldung von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Polizei Berlin. Nummer 0240. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in französisch Buchholz am 25. Januar 2023 verstarb am 10. Februar 2023 die damals verletzte 43-jährige Bewohnerin des Hauses. Die Ermittlungen des zuständigen Brandkommissariats des Landeskriminalamts Berlin werden nunmehr wegen Brandstiftung mit Todesfolge geführt. Zudem ist bei der Staatsanwaltschaft Berlin ein Todesermittlungsverfahren anhängig, sodass zur Todesursache derzeit keine Angaben gemacht werden können. Zu den Hintergründen der Tat werden weiter intensive Ermittlungen in jede Richtung geführt. Dabei stehen die Brandermittlerinnen und Ermittler auch in engem Austausch mit dem polizeilichen Staatsschutz. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation vor. Erstmeldung Nummer 0131 vom 26. Januar 2023. Feuer in Mehrfamilienhaus. Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand im Ortsteil französisch Buchholz alarmiert. Gegen 17.30 Uhr meldete eine Anwohnerin des betroffenen Wohnhauses in der Bahnhofstraße eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein im Hausflur. Die eingetroffenen Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den im Erdgeschoss in Vollbrand stehenden Treppenraum zeitnah löschen. Zwei Anwohnende erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Mietshaus, welches teilweise Geflüchteten zur Unterkunft dient, wurde evakuiert. Das Haus ist in Anbetracht der starken Brandschäden zunächst unbewohnbar. Für den Zeitraum der Löscharbeiten blieb der Kreuzungsbereich Blankenburger Weg-Bahnhofstraße-Pankstraße für etwa drei Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.